Grüezi und herzlich willkommen! Ihr seht, ich bin in der Küche und dann wisst ihr schon, ich backe wieder mal. Ja, ich backe mit euch heute Ingwerplätzchen und während ich das mache, erzähle ich euch mal so, wie mir das so bei meinem Dating, bei meinem Online-Dating ergangen ist. Ich hatte ja ein Video hochgeladen, wie ich mir einen Tinder-Account gemacht habe und ja, und ich war auch vorher schon auf anderen Dating-Plattformen und da wollte ich euch mal so ein bisschen Feedback geben, was da so passiert ist. Und dabei backe ich mit euch. Die Ingwerplätzchen, die sind ganz, ganz leicht gemacht und ganz schnell und die kann man so zwischendurch machen und sind total, ja, kommen wir ganz wenig dafür. Packpulver, ein halbes Stückchen, Mehl, Pflanzenmargarine und Ingwerpulver und braunen Zucker. So, und das gebe ich dann hier in meine Schüsselwaage, habe ich schon drunter. Und zwar brauchen wir 350 Gramm Mehl. So, das Mehl und Backpulver habe ich schon reingemacht, jetzt mache ich da noch 140 Gramm braunen Zucker dazu. Aber eigentlich wollte ich euch ja was über meine ganzen Dating-Sachen erzählen. Ja, unheimlich viele Männer haben natürlich auf meinen Account geguckt. Wirklich. Ich weiß nicht, ich habe ja nur so einen Basis-Account gemacht und ja, und dann kann man ja nur gucken, wer so geguckt hat. Und das ist so praktisch gleich mit allen anderen Dating-Plattformen, wo ich noch war. Ihr denkt hier, ich bin die, oh, jetzt habe ich zu viel gemacht, die Online-Dating-Königin. Ich war mal bei Parship. Da hatte ich mir einen Account gemacht und habe dann auch gleich für ein halbes Jahr bezahlt. Ich dachte, gib mal dem Ganzen eine Chance, bezahl mal für ein halbes Jahr. Ja, und hab aber nach vier Wochen gleich gemerkt, dass das der größte Müll ist. Sorry, also wirklich. Viele schwören ja so auf Parship. Ich kam mir vor wie auf dem Jahrmarkt, wie als wenn ich irgendwo sitze und jeder klotzt mich an. Es war das erste Mal, dass ich mir was online gemacht hatte. Also bin ich da wieder raus, hab aber dann von dem Geld, was ich bezahlt hatte, ich hatte ja schon für ein halbes Jahr bezahlt, nicht viel wiedergekriegt, weil sie dann gesagt haben, ja so und so und so und so und ich hatte ja auf alles Zugriff gehabt und so und deswegen kriege ich dann nur so und so viel zurück. Mittlerweile gibt es da glaube ich ein Gerichtsurteil, aber mein Fall war halt vorher und deswegen habe ich halt nichts wiedergekriegt, aber heute ist es nicht mehr recht und sowas. Okay, das war meine erste Erfahrung, also mit Parship, ne ich weiß nicht, ich fand es unheimlich unangenehm. Na gut, jetzt müssen wir weitermachen mit der Margarine hier. Was hatte ich gesagt? 220. Ja, und dann habe ich mir einen Account gemacht bei zwei Samen über 50. Das habe ich gemacht und da war es dann so, dass ich da für drei Monate eine Mitgliedschaft hatte und die war dann automatisch dann gekündigt und da habe ich das auch jetzt drei Monate durchgehalten, obwohl ich auch nach acht Wochen die Faxen dicke hatte. Wieder genauso, die meisten Männer gucken. Gucken, ja wie immer, wer ist da. Nichts schreiben und das finde ich so merkwürdig. Man weiß so, es hat jemand geguckt. Jemand hat deine Bilder angeguckt, hat dann so gelesen, was du so geschrieben hast, aber gesagt, nö, sagen, was soll man denn sagen, man könnte ja mal was schreiben. Nö. Es haben sich dann auch ein paar gemeldet, auch bei zwei Samen. Aber, ja, was soll ich denn sagen. Einmal wäre es fast zum Date gekommen, aber der Typ wollte sich mit mir im Schwimmbad treffen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich bin über 60 und dann will ein Mann, der auch, ich glaube der war auch über 60, sich mit mir im Schwimmbad treffen. Ich habe gedacht, Mensch Leute, ich bin doch nicht mehr in der Pubertät, wo man den Jugendlichen ist und man trifft sich im Schwimmbad. Ich habe gedacht, nee, weißt du, wenn du so einer bist, der gleich gucken will, wie sieht sie denn aus im Badeanzug. Nö, danke, das brauche ich nicht. Beim ersten Date im Schwimmbad. Nö, no way. Und dann habe ich ihm halt gesagt, nee, lass mal nicht im Schwimmbad, lass uns mal den Kaffee treffen, das ist hier auch nicht weit weg und dann treffen wir uns da. Und wisst ihr was, er hat das Tier gesagt und wer ist nicht gekommen, der Typ. Und wer saß alleine da und hat blöd gewartet? Ich. Ich habe nur einen Kaffee getrunken und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich die Flatter. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt guckst du mal und ob er was geschrieben hat. Und ich meine, ich hätte gar nichts geschrieben irgendwie oder habe geschrieben, wo warst du, glaube ich, geschrieben, glaube ich. Und er meinte, ja, war mir nicht so klar, dass wir uns dann doch im Café treffen. Ich dachte, in der Badeanstalt oder dann doch, vielleicht doch im Café. Der war die ganze Zeit online vorher, der konnte jederzeit lesen, was ich ihm geschickt habe an Nachrichten, aber er wusste das natürlich nicht angeblich. Habe ich ihn gleich gelöscht. Das war so meine Erfahrung und so mit zweisam Plus, also Fluss 50. Und dann habe ich noch einen Typen kennengelernt. In Schweden. Warum auch immer in Schweden? Keine Ahnung, weil ich eigentlich Schweiz angegeben habe. Nein, Schweden. Und der wollte natürlich, wir alle, die wollen immer gleich bei WhatsApp schreiben dann. Das ist so bei allen Datingplattformen wahrscheinlich gleich. Dann haben wir auf WhatsApp weiter geswitcht und da weiter geschrieben, weil er war mir irgendwie irgendwie sympathisch und haben cool geschrieben. Aber irgendwie wurde es immer mysteriöser. Er hat mir dann wohl auch Bilder geschickt von sich angeblich. Aber immer, wenn ich dann gesagt habe, lass uns mal telefonieren, dann hatte er keine Zeit. Und wenn du nicht telefonierst, dann weißt du ja auch gar nicht, ob die Person wirklich real ist. Woher sollst du denn das wissen? Ach man, ich muss meine Plätzchen, also meine Ingwerplätzchen dabei weitermachen. Ich muss ein bisschen mal weiter jetzt hier höher gehen. Seht ihr mich trotzdem? Ja. Habe ich alles drin? Ne, natürlich nicht. Das Ingwerpulver. Dann kommt noch das Ingwerpulver drin. Ich habe das alles schon drin. Habe ich euch ja gesagt. Ich mache mal den Deckel ab. Wir brauchen zwei Teelöffel davon. Und das geht mit dem Löffel. Zwei, eins. Man kann auch frischen Ingwer nehmen, aber ich habe... Jetzt kriege ich den Löffel nicht mehr raus. Ich habe den Löffel nicht mehr rausgekriegt. Zwei Löffel steht. Ich mache noch einen halben dazu, damit es wurscht und scharf schmeckt. So, jetzt haben wir jetzt. Jetzt haben wir alles drin, was rein soll. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, abgesehen von meiner Story hier mit meinem ganzen Dating-Kram, wieso macht sie es nicht in ihre tolle Küchenmaschine? Hätte ich, aber ich mache immer die Ingwerplätzchen mit der Gabel. Die vermische ich nicht so ordentlich, sondern eher so... Manche machen es mit den Fingern. Ich nehme jetzt eine Gabel dazu, weil mit den Fingern ist mir das zu eklig. So, und dann erzähle ich mal weiter. Das müssen wir jetzt gut vermischen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach, mit dem Typen aus Schweden. Ja, ja, ja. Irgendwie kam es mir irgendwie komisch vor, dass er halt irgendwie nie telefonieren wollte. Das war komisch. Das war wirklich sehr merkwürdig. Und was kam mir noch komisch vor? Oh, diese Raspeltur. Kennt ihr das? Er hat mir andauernd irgendwelche Liebesbeschwörungen geschickt. So Gedichte, die er nicht selbst geschrieben hat, wo er aber nicht geschrieben hat, wer die denn geschrieben hat. Aber nie und nimmer sind die auf seinem eigenen Mist gewachsen. Und irgendwelche Blumenbilder dazu, die überhaupt nicht zum Gedicht gepasst haben. Wo ich mir gedacht habe, Mensch Junge, liest du mal dein Gedicht doch selber durch. Wenn du mir irgendwas von Pfeilchen schreibst, dann kannst du mir doch kein Rosenfoto schicken. Oder von roten Rosen und dann sind es irgendwie gelbe Dulpen oder so. Also das brauche ich nicht, weil irgendwie ganz ehrlich, man kennt sich überhaupt nicht. Man hat sich noch nie persönlich kennengelernt, also gesehen, die Stimme des anderen gehört, weil der ja nie ans Telefon gegangen ist oder mich nie angerufen hat. Und dann immer so, ich liebe dich und all solche Sachen. Und ganz ehrlich, das ist auf allen Datingplattformen, glaube ich gleich. So was hatte ich halt jetzt bei Zweisam und das hatte ich auch bei Tinder. Was ich bei Tinder ganz gut fand, ich fand Tinder noch die beste Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind gechillter, die sind lockerer, offener irgendwo. Da habe ich mit einem wirklich telefoniert. Leider hat er sich danach dann nicht mehr so gemeldet. Wahrscheinlich war eines sein Typ. Hätte er ja sagen können irgendwie. Aber dass man irgendwie jemanden Typ nicht ist und wenn man den telefoniert, das hat halt nicht gepasst, hätte er ja sagen können. Aber dann irgendwie so, ach nee, ich habe dann doch keine Zeit für ein Treffen und so. Fand ich dann irgendwie ein bisschen doof. Soll er doch sagen. Und dann irgendwie kam vor allen Dingen dann eine Nachricht, die war überhaupt nicht für mich. Der hat ja den Namen verwechselt. Der hat ja plötzlich Franziska zu mir gesagt, obwohl ich ja nun nicht Franziska heiße. Und als ich dann geschrieben habe, ja, wenn du eine Nachricht für Franziska hast, musst du es auch Franziska schicken mit mir. Dann weiß sie das nämlich nicht. Und er meinte, ach, Entschuldigung, das war meine Ex, die Franziska. Ja, das war aber dann auch wirklich alles. Und irgendwie, ja, hat er so geschrieben. Er hat jetzt im Moment keine Zeit an dem Samstag und er meldt sich wieder. Aber dann ist jetzt wieder eine Woche vergangen. Es ist bald wieder Samstag. Keine Ahnung. Und dann ein anderer Typ, den ich kennengelernt habe. Aus Finnland. Keine Ahnung, wieso aus Finnland. Und das ist mir dann echt zu weit weg. Wir haben uns wohl wieder geschrieben bei WhatsApp, weil der auch sehr, sehr nett geschrieben hatte. Aber irgendwie wurde das dann auch irgendwie sparsamer. Und dann hat er immer so gar nicht so auf das eingegangen, was ich wirklich geschrieben habe. Beim Anrufen auch niemand da. Auch nicht erreichbar. Immer nur geklingeltes Telefon, aber keiner ist drangegangen. Und dann immer zu sagen, ja, ich will mich so einsam, aber dann nicht ans Telefon gehen. Hallo. Und dann zu sagen, ja, ich wollte nur schreiben. Hä, verstehe ich da nicht so ganz? Ja, dann habe ich dann halt jetzt gesagt, dass mir das zu... Ja, und dann fing es auch wieder an mit Gedichten und mit so Liebesgeständnissen, wo man sich ja gar nicht richtig kennt. Genau das, was ich vorher eben auch gesagt habe. Das bringt ja irgendwie nichts. Man hat sich nicht gesehen, nichts gehört und nichts. Und dann war der ein bisschen pisst, als ich das geschrieben habe. Und meinte, nee, dann löschle dich mal von meiner Liste. Ich will dir ja kein Kummer bereiten. Habe ich nur gedacht, du hast aber schnell aufgegeben. Ey, wenn du es wirklich ernst gemeint hättest, wenn man überlegt. Ich suche ja jemanden, mit dem ich mein Leben den Rest praktisch verbringen will. Und wenn einer dann bei dem ersten Problem was auftritt, also dass ich zum Beispiel sage, ja, ich würde dich ganz gerne irgendwie dann doch mal hören oder so. Gleich sagt, ach nö, ich glaube, das ist dann nichts für dich. Dann ist es auch wirklich nichts für mich. So, jetzt habe ich mich aufgeregt. Ich glaube, ich nehme doch ein Hörgerät. Irgendwie ist das irgendwie gar nicht so. Ich werde es doch mal in meine Küchenmaschine tun, damit es wenigstens ein bisschen vermischt. So, jetzt ist es in der Küchenmaschine. Warum ich das unbedingt mit der Gabel machen wollte, weiß ich nicht. Die macht das viel besser als ich. Könnt ihr euch gleich einen Abschluss sparen? Macht es gleich in die Küchenmaschine. Und während die dann jetzt ein bisschen arbeitet, kann ich euch ja weitererzählen, wie das war mit mir und dem ganzen Dating. Was habe ich denn als letztes überhaupt erzählt? Ich habe den Faden wieder verloren, wie immer. Ich gehe mal ein bisschen woanders hin, sonst pumpt es hier so laut. Ah, mit dem Typ aus Finnland, genau. Ich fand es ein bisschen schade, weil der war wirklich nett. Ich fand den ganz süß. Aber, ja, ich weiß nicht, ich fand den so surreal irgendwie. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen an den Typen erinnert, den ich geschrieben habe, der aus Stockholm war. Den habe ich hier auch nicht so. Der war auch so ungreifbar, so nicht so greifbar. Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind, so mit den Dating-Plattformen. Also, ein Date hatte ich noch nicht. Ja, und jetzt ist es so, dass ich das ganze Tinder, jetzt lese ich meinen Account auch auf. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Irgendwie, es ist schon ganz schön, man kann immer gucken und so. Oh, ich hatte noch eine schöne andere Story. Hat sich auch einer gemeldet, der wollte aber nur rein sexuell was haben. Da hat er gleich gefragt, ob ich auch sinnlich bin. Und dann so, ob ich Strümpfe mag. Und dann, ja, Strümpfe mit Strapse und so. So ein Typ, ja. Also, sowas findet man da auch. Wahrscheinlich eher als was anderes. Ja, jedenfalls werde ich mal ein Account Blatt machen. Und dann werde ich mal, ja, ich weiß nicht, lass dann, ich meine, das ist dem Zufall. Ich glaube, der Mann, den ich suche, der ist halt nicht auf solchen Online-Dating-Plattformen. Ich glaube es nicht. Und ich denke mir immer, wenn man noch einem begegnen soll, dann ist das so, dann wird das auch passieren. Da kann man machen, was man will. Dann wird man dieser Person begegnen. Und, ja. Ich lasse mich überraschen, ob noch einer um die Ecke kommt. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir unsere Plätzchen in den Backofen kriegen. So sieht das aus, jetzt nachdem die Maschine skippt hat. Es ist aber so ein bisschen klebrig. Und man muss da jetzt kleine Kübelchen formen und die dann aufs Blech legen. Das machen wir jetzt mal. Da sind sie. Ich habe sie geformt wie so Frikadellen praktisch. in der Hand erst ein bisschen rund und dann Blatt gedrückt. Und jetzt kommen sie 15 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Schaut, sie werden schön dick. Und die Form passt sich an, wird automatisch rund. Ganz egal, ob ihr die vorher gemacht habt. Hat mir nur gegeben, aber so sieht es doch schon gut aus. Die müssen auch schmecken. Et voilà. Ah, das sind die frisch gebackenen Ingwer-Cookies. Hier sind sie. Yummy, 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 yummy. Frisch gebackene Ingwer-Cookies. Und die schmecken am besten mit grünem Tee. Der grüner Tee ist ja immer bitter. Und dann so ein Ingwer-Cookie dazu. Ich liebe es. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Guckt auch bei Instagram mal, was ich da so für Fotos habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.